Planen Sie vielleicht kurzfristig einen Neubau, in dem Sie auch die KfW-Fördermittel in Anspruch nehmen wollen für nachhaltiges Bauen? Dann habe ich jetzt einen kurzen heißen Tipp für Sie, weil es scheint die Odyssee KfW-Mittel weiterzugehen. Es ist ein einziger Artikel im Handelsblatt herausgekommen, der auf den kurzfristigen Stopp oder Verbrauch der KfW-Mittel hinweist. Das heißt, aus Regierungskreisen haben die erfahren, dass die KfW-Mittel bald leer sein werden. Und wenn Sie meine Videos verfolgen, dann wissen Sie auch, dass ich kein Fan von KfW-Mitteln bin. Sie können nur zehn Jahre Zinsbindungen abschließen, haben also Zinsanpassungsrisiko hinterher. Und ja, ist halt alles etwas kompliziert, das zu beantragen. Aber es ist natürlich von den Zinssätzen immer etwas günstiger als die normalen Darlehen. Aber wie gesagt, nur zehn Jahre fest. Und ja, das Problem gerade jetzt beim Neubau ist ja, wenn Sie den planen, dann müssen Sie zu Ende planen, um dann nachher erst den Antrag stellen zu können. Sie müssen Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, Sie werden das Problem bekommen, wenn Sie jetzt noch nicht weit genug fortgeschritten sind in Ihrer Planung, dass Sie eventuell nachher in die Röhre gucken und keine KfW-Mittel mehr da sind. Von daher können Sie sich vielleicht noch an den letzten Förderstopp erinnern. Der lief so von jetzt auf gleich. Hat das Wirtschaftsministerium gesagt, KfW-Mitteltopf ist zu, gibt nichts mehr. Egal, auch die, die Anträge gestellt hatten, konnten erstmal nicht weitermachen, weil dann die Mittel nicht mehr zur Verfügung standen. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall auch wieder möglich, dass das passiert. In dem Artikel hier im Handelsblatt, da heißt es, das Programm soll eigentlich bis zum Jahresende laufen. Jetzt könnten die Mittel aber wieder vorzeitig ausgehen, berichtet in Regierungskreise dem Handelsblatt. Und der eigentliche Hammer dabei ist, zwar erklärt eine Pressesprecherin des Wirtschaftsministeriums, sie könne nicht bestätigen, dass die Mittel knapp werden, doch die Quellen aus der Regierung widersprechen. Ein erneuter Antragsstopp stehe womöglich demnächst bevor. Und ich habe da mal in Google gesucht, ob es vielleicht noch andere Artikel zu dem Thema gab. Und hier da, es gab sie nicht. Das heißt, entweder hat die Regierung da eingegriffen oder die anderen Qualitätsmedien trauen sich einfach nicht, das heiße Eisen anzufassen. Wie dem auch sei, für den Fall, dass Sie jetzt noch mit den KfW-Mitteln planen, sollten Sie Ihre Finanzierung vielleicht darauf umstellen, dass Sie zur Not auch ohne diese Förderung zurechtkommen. Ich meine, von den Zinssätzen her ist die KfW zwar günstiger, aber durch einen höheren Zirkungsanteil ist die monatliche Rate oftmals höher, als wenn Sie jetzt eine normale Finanzierung bei der Bank beantragen. Von daher dürfte das jetzt zumindest vom monatlichen Aufwand her nicht so einen großen Unterschied machen. Sie werden natürlich, wenn Sie die KfW-Mittel nicht mehr bekommen, über die Laufzeit mehr Zinsen bezahlen. So viel steht fest. Aber wie gesagt, bevor das nachher dann die ganze Planung zusammenbricht, weil die KfW-Mittel dann doch kurzfristig ausfallen, sollten Sie an der Stelle besser ohne KfW-Mittel planen. An dieser Stelle können Sie auch gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe Ihnen natürlich einmal den Artikel vom Handelsblatt da oben verlinkt. Da können Sie sich dann mal nachlesen. Oder wenn Sie Fragen haben oder eben eine Finanzierung auch mal ohne KfW-Mittel planen wollen als Alternative, dann können Sie gerne auf mich zukommen. Unter dem Video finden Sie einen WhatsApp-Button, schreiben Sie mir eine Nachricht, nutzen Sie die Kommentarfunktion unter dem Video und lassen Sie dem Video gerne einen Daumen hoch da. Würde mich freuen und dann wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.